Ja, ich bin auf Ashanti ist Also Ashanti ist Wegen den anderen Nein, Ashanti ist auf YouTube live Also Was wollen wir zocken? Ähm So Oh nee, den müssen wir lieber spüren Nein Nein Nein, ich spüren Nein, ich werde timeouten Timeouten für zwei Wochen Okay Timeouten That's not okay What you doing Also bis jetzt ist noch keiner drin Doch Fünf sogar Bei mir Oh mein Gott Oh mein Gott Bei mir sind fünf Bei mir sind noch gar keiner Weil wir auch noch gar keine Follower haben Äh, sag mal, dass ihr auch mal Dass ihr auch mal zum YouTube bekommen sollen Ja Geht mal auf unser Geht mal auf unser YouTube-Account Der heißt Sohle X Ashanti Schreibt den in die Kommentare Ähm, warte Warte, ich mach das schon Alles gut Okay Ich geh immer auf mein Handy Verwarte dann direkt von deinem Telefon Und jetzt drei, äh, Zuschauer Und jetzt drei, äh, Zuschauer Jetzt drei, äh, Zuschauer Jetzt drei, äh, Zuschauer Der Stream ist einfach verzögert Der Stream ist einfach verzögert Kann man mitmachen? Hat einer, äh, gefragt Äh, wie mitmachen? Ob er in Fortnite mitspielen will? Ja, er hat geschrieben Epic Ja, er hat geschrieben Ja, okay, äh Hier siehst du unseren Epic-Namen Falls du jetzt Fortnite spielst Du kannst ja deinen Namen In den Kommentaren schreiben Wenn du Und wenn du mit uns spielen möchtest Zu klein Ja, okay, warte Ich schreib eben unsere User in den Chat Äh, einfach mich eben Äh, meiner ist kürzer Äh, meiner ist Ah, ja, er hat sein User reingeschrieben Ist mir eigentlich egal, wie du addest Ist mir eigentlich egal, wie du addest Okay Hast du auch auf Hast du auch eine gute Qualität auf YouTube Äh, gemacht? Ja, ich hab eine sehr gute Qualität Hast du die höchste? Weil ich hab die höchste bei mir 1080, ich hab Standard 1080, ich hab Standard Also man sieht alles sehr gut bei mir Also man hat alles sehr gut Komme über YouTube ist besser, sorry Ja, okay Mach das Ja, okay Mach das Ich glaub, man hört mein Stream einfach Ja, man hat die ganze Zeit doppelt doppelt Ich glaub Äh, weil Ich Hast du ihn geedit? Und du auf mein Äh, nee, hab ich nicht Aber okay Mach ich jetzt schnell Warte Ey, Luki ist wieder da Oh mein Gott, nice Luki ist Luki, was geht? Ey, Luki, moin Luki ist voll der Ehrenmann Ja, Leute Aber wir wollen ihm jetzt auch herzlich sagen, dass wir ihm folgen sollen Aber ihr könnt es machen, er ist sehr lieb Danke Kein Ding Bitte Hast du ihn geedit? Hast du ihn geedit? Ne, ich hab nur Luki, äh, heute geedit Ne, du sollst auch den anderen mal adden Add ihn mal, der Arno Ah, hey, ich bin der von Twitch Ich dachte, du machst es Ähm, schreib mal, schreib mal nochmal dein Usa rein, dann adde ich das jetzt Warte, ich guck mal Und es freut mich auch sehr, dass du der von Twitch bist Es freut mich auch sehr, dass du der von Twitch bist Warte, ich adde ihn kurz Er hat, er hat mir sein Usa schon geschickt, ich adde Okay Ich adde ihn auch Okay, mach mal Ich adde ihn auch Z X Warte Alter, ich bin fast fertig YouTube Oha Maybe bessere Quali Äh, ja, kann ich machen Aber dann müsste ich einmal aufgehen Ja, kann ich machen Nee Aber dann müsste ich einmal auf... Hey, wie mach ich das denn? Warte Hey Hey, wie mach ich das denn? Hey, bei mir steht das nur... Null... Null... Ach so Ach so So, Lay... X... Äh... Ach so, Lay... Äh... nem Ich kann den Usa sonst gleich reinmachen Ich kann den Usa sonst gleich reinmachen Ja, warte, ich add ihn kurz. Ja, dann add du ihn, weil ich hab jetzt deinen Namen auch versehen. Okay, hab ihn geaddet. Okay, warte, ich hab ihn mal. Er ist jetzt mein Freund, der schlacht. Okay, ich lass ihn ein. YouTube. Okay. Ja, er legt mich ein. Okay, ich lass ihn. es ist mein ich bin Julia ist ein Mädchen nett oder ein Junge Habt ihr ge-edit? Ähm, er hat gesagt, dass er dich ge-edit hat. Meine Schwester ist das. Achso. Okay, bitte. Also, der Ark. Okay. Er hat gesagt, er hat ge-edit, aber bei mir spielt er gar nicht. Sorry, wurde aus Fortnite gekickt. Ähm, ja, dann komm noch mal online. Also, nächstes Mal, wenn hier jetzt, ähm, der, ähm, der, äh, unser YouTube-Account rein schreibt, dann ist das, ähm, Solo-Man. Oder, 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 halt. Ich spiel halt so lange noch. Kannst du mir dann was schenken? Ähm, habt ihr den, ja, wir haben den Account zu zweit. Und, ähm, ob ich dir was schenken kann? Ich hab leider nicht, ähm, FN2, sorry. Ich hab leider nicht, ähm, FN2, sorry. Ähm, nein, ich hab keinen Paypal. Warum? Ich kann schenken. Äh, oh. Anfrage. Warte, ich verlass mein Match. Hi. Hi. Denkst du, wenn ich, dann hätte ich dir was, nee, ich möchte keine Spenden. Ich geh schnell, äh, sag denen ein, ich, äh, kann ihm was schenken eigentlich. Ähm, äh, Luki, ähm, er kann dir was schenken. Gut, also... Deine Qualität ist voll, ist, du hast die nicht so gut gemacht. Ja, wie mach ich die denn besser? Ich weiß nicht, ich glaub, du musst einfach, äh, Dings, auf, äh, gehen. Aber egal, egal, mach nicht. Danke, kein Ding. Warte, ich werd den einen kurz einladen. Ja, ja, ach das. Oh, geile Bananen, lol. Oh, ist beigeschrieben. Nur Luki hat, danke, schuld. Kannst du reden? Äh, doch, im Stream ist, ist quasi okay. Äh, ja, sonst kann ich auf Kippen die besser einstellen. Moin, hat Luki wieder geschrieben. Moin. Sorry. Äh, mein, äh, mein, äh, irgendwas. Ich wurde einfach aus Frauen eingegliedert. Ähm, Sam, hast du ein Headset oder nicht? Oder wie heißt du überhaupt? Hallo? Hallo? Hallo. Moin. Moin. Und wie geht's euch? Sehr gut. Und die? Auch gut. Es freut uns. Danke, dass du, äh, in unser Stream gekommen bist. Ja. Kein Problem. Warte, ich folge euch noch kurz auf Twitch. Ja, wo ist eure YouTube und Twitch gefolgt? Nee, danke. Ja, wo ist eure YouTube und Twitch gefolgt? So, danke. Soll ich zurückfolgen oder nicht? Ist mir egal, ich weiß nicht. Was? Soll ich, ich folg mal zurück. Ich folg Luki und den zurück, okay? Soll ich zurückfolgen oder nicht? Mhm. Ist mir egal. Was? Soll ich, ich folg mal zurück. Und Luki folge ich auch. So. Seid ihr Geschwister? Nein, wir kennen uns seit wir, ähm, Null sind. Einzel. Hatten wohl? Ja. Also, wir sind gute Freunde. Mhm. Ich streame auch. Oh nein. Und wir sind Nachbarn. Ja. Okay, er streamt auch. Äh, warte, sagt man beim Stream ein? Oder streamt er gerade? Warte, äh, Luki, streamst du gerade oder? Er streamt, glaub ich, auf, er ist auf Twitch, glaub ich. Ja, aber ob er gerade streamt oder? Ja, nur habt ihr auch, auch den falschen Gefol, gefolgt. Hä? Nur habt, wir haben den falschen gefolgt. Ich hab den beiden gefolgt eigentlich. Ähm. Warte. Warte. Warte, ich geh mal drauf. Hey, folgt ihr? Nein, er hat seinen Namen reingeschrieben. Ich heiße Luki, ach so. Und warte, ich mach einen Screenshot, danach folge ich dir dann. Also später. Warte, ich geh jetzt. Und warte, ich mach einen Screenshot, danach folge ich dir dann. Also später. Nee, ich hab einen Screenshot und ich hab ihn raus. Nee, er heißt, äh. Ich hab einen Screenshot und ich hab den Screenshot und ich hab den Screenshot. Dann hab ich die C invented-S literal-S jungle-S like. Und ich hab einen Screenshot und ich hab einen Screenshot. Lass Lazy Lake landen. Wieso springst du immer jetzt so leicht? Das gibt keinen Sinn. Ich weiß nicht, warum ich jetzt schon noch springe. Hä? Und nehm meinen Controller. Fuck off. Hä? Und nehm meinen Controller. Fuck off. Genau. Tauente! Ja. Okay. Ich nehm mich, ich höre wieder. ich bin noch in der luft ich nehme vielleicht so eine halbe stunde noch keine ahnung möchte jetzt auch nicht so lange ja alles gut was ist jetzt alles gut ich habe eine kiste egal ich glaube die ist über mir oh ja 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 Geht nicht. Auf. Warte, ich fahre lieber. Oh nein! Äh, der Akku von meinem Controller ist kurz leer. Warte. Kannst du nicht verstehen? Äh, ne. Lass mal eine andere Seite nehmen. Dann können alle einsteigen. Äh. Da ist das? Warte. 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 Lass Lörpie. Erstmal zu der Tankstelle und tanken. Okay. Okay. Ah, warte, steck aus. Warte, lass ihn erst mal hören. Elfsteck aus, ich will fahren. Okay. Na gut. Warte. Wir müssen noch da. Ich kann auch wieso, wie ich plötzlich so schnell bin. Das ist immer wegen den großen Reifen. Ja, aber davor waren... Warte, ich baue hier mal was hin, dann können wir uns merken, wo unser Auto war. Oder wir markieren einfach da. Okay, markiert auf. Ich höre ein anderes Auto. Ich habe eine Bombe auf die geschmissen. Der kippt einen grauen LKW-Shipbrake. Achso, hinter. Ja, ich habe ihn noch in 29er-Hit gegeben. Aber ich brauche... Im Auto. Oh mein Gott, der ist so low. Und noch mehr Hitsch. Ich brauche dringend ein Tier. Ähm, ich habe hier... Also ich habe einen Medikiss. Ich habe einen Medikiss. Warte, ich habe das hier. Ich habe dich von heilen. Okay, das ist zurück zum Auto. Lass in die Zürme fahren. Ja. Lass nach Holly Hitsch gestern. Ähm, wir werden eingeschossen. Steig einfach ein. Wieso sind die Pilze so groß bei mir? Ja. Oh, bei mir auch. Ey, das ist jemand rausgesprochen. Nein. Ja. Okay. Weil ich mich hier... Oh, okay. das ding ist ich habe das ganze spiel keine maurin sind sie eigentlich einfach zur tankstelle da oh mein gott oh mein gott wir müssen gleich in die zone ja das sind mehrere menschen ja hier sind zwei das auto müssen wir nie kein kreis ja dann da ist noch eine tankstelle wieso laden wir das ja sagen wir da hinkommen wir brauchen einen benzinkanister ah gut danke ja 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 Ich gehe pushen. Ich sehe mich. Ich habe einen. Okay. Ah, ja. Oh, nein. Den anlücken wir runter. Das ist extra. Den sollten wir nicht. Er hat, ich habe hier wieder. Er ist Schildbreak. Ich werde angeschossen. Von hinten. Ich habe den Map-Kick geguckt. Oh, Dinger. Ja, den einen habe ich gekillt wegen Fallschade. Okay. 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 er war so heftig und stimmt einfach an falsch an okay du hast auch gut gespielt da gehen wir auf gehen wir auf es mir gar wir können auf die leistung meist die leistung enden aber auch lassen